Was es nicht alles gibt. Fit mach mit, fit sein für die Zukunft und seit geraumer Zeit gibt es den Begriff Telefit. Nun, wer weiß, was damit gemeint ist. Telefit ist eine Roadshow, die österreichweit stattfindet, durchgeführt von der Wirtschaftskammer Österreich. Findet bereits zum zwölften Mal statt und Gott sei Dank auch das fünfte Mal hier in Niklasdorf. Und wir haben wie heute immer eigentlich volles Haus. Eine ganz gute Gelegenheit, seine guten Ideen auch wirtschaftlich umzusetzen. Wie wird Telefit angewandt? Naja, also Telefit selbst ist jetzt nicht unbedingt das Mittel, aber Telefit zeigt Mittel. Das heißt, wir zeigen viele Tipps, Tricks, wo man Geld sparen kann, wo man sich auch die tagtägliche Arbeit erleichtern kann. Und ganz wichtig, wo man vor allem seine Produkte, seine Dienstleistungen auch viel besser an die Kunden bringen kann. Die Wirtschaftskammer weiß es und kann es schlüssig erläutern. Telefit findet, wie gesagt, zum zwölften Mal statt. Insgesamt haben österreichweit in diesen zwölf Jahren 50.000 Unternehmer und auch deren Mitarbeiter diese Show besucht. Und die Akzeptanz ist sehr groß, weil nach jeder Show wird ein Fragebogen ausgeteilt und gefragt, wie zufrieden waren sie heute mit diesem Abend. Und das geht nach dem Schulnotensystem und die Bewertung liegt hier bei 1,3. Im Wifi Niklasdorf fand eine Enquete zu diesem Thema statt. Ich glaube, unser Unternehmen ist in die richtige Richtung unterwegs, um Telefit zu werden. Ich schätze weit genug, dass wir uns, oder besser gesagt, wir wollen es werden. Ja, ich nutze das Internet und ich nutze mein Handy, mein Smartphone. Na, ich glaube schon, dass wir einigermaßen Telefit sind, aber es gibt dann wieder Neuigkeiten. Und in der Pyramide fehlen uns noch zwei Schritte. Experten aus der Wirtschaft präsentierten ihre Sichtweise zum Thema Telefit. Man muss sagen, es ist unglaublich. Da vergehen wenige Wochen, da vergehen wenige Monate. Da entwickelt sich alles so neu. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch da wirklich am Ball zu bleiben. Denkt man daran, früher die erste Internetwelle, wer da dabei war, der ist vielleicht heute noch Marktführer. Und wir zeigen genau solche Trends, wo man eben schnell dabei sein sollte. Und einmal im Jahr ist Telefit Pflicht, da sollte man unbedingt im Publikum sitzen. Was sehen wir heute? Heute sehen wir zum Beispiel, was Cloud Computing ist. Das heißt, ja genau, das heißt, früher, da hat man halt Festplatten gehabt, da hat man dann Daten auch gespeichert. Mittlerweile macht man das im Internet. Das heißt, wenn wir beide gemeinsam arbeiten, dann speichere ich was in meinem Computer. Das haben Sie aber sofort auch auf Ihrem Computer. Da kann ich zum Beispiel viel, viel schneller arbeiten und da erklären wir, was ist das. Wir erklären auch, dass das gar nicht viel Geld kostet, aber sehr, sehr viel bringen kann.